Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja im heutigen Video widmen wir uns einmal den Mediabook Wahnsinn, Irrsinn, Ja oder Nein, denn in den letzten beiden Tagen wurden zwei Ankündigungen gemacht über zwei Filme mit diversen Covervarianten und irgendwie habe ich das Gefühl, das Ganze nimmt ein Ausmaß an, über das wir definitiv diskutieren müssen, dürfen, möchten, je nachdem. Wir beginnen hier mit Film Nr. 1, Sylvester Stallone und Anthony Page in Der letzte Ausweg, ein Film aus den Jahren 1970, gucken wir gleich nochmal nach, erscheint hier in, meine ich, acht verschiedenen Covervarianten, das müssen wir uns jetzt nochmal genauer angucken, davon aber eins irgendwie, okay, alles ist Geschmackssache, hässlicher als das andere, ich weiß nicht, ob da die Originalcover, die Rechte zu teuer waren oder nicht, außerdem gibt es bei den Filmen entweder super Bonusmaterial oder einen Bonusfilm, das macht die Sache natürlich dann wieder interessant, aber gucken wir es uns einfach mal im Einzelnen an. Also, Sylvester Stallone, Anthony Page haben wir hier, der letzte Ausweg, ja, klicke ich mal hier weg, wir sind bei JPC, die haben da schon alles gelistet mit allen Covervarianten und deswegen macht es das die Übersicht leichter. Wir haben hier zwei Blu-ray-Disc, USA 1970 erscheinen, wird das Ganze ab 20.03.2021, soll 26,99 Euro kosten, Bestellmenge limitiert bei diesem Artikel, nur ein Exemplar pro Kunde, finde ich gut. Wir haben hier dann auch noch die Tonspuren am Start und wir hatten auch noch den Hinweis, dass es eben einen Bonusfilm gibt, nämlich Angriff der Riesenspinne. Ob den jemand von euch kennt oder nicht, weiß ich nicht, schreibt es mir und der Community gerne unten in die Kommentare rein. Bei Amazon gibt es teilweise die Mediabox auch zu bestellen, entweder sind die noch nicht alle gelistet, ich weiß es nicht, wir gehen es im Einzelnen durch, ist aber hier definitiv schon mal teurer mit 29,98 Euro. Allerdings haben wir hier dann mal die Limitierungsnummer auf 200 Stück limitiert Cover A plus Bonus Blu-ray Riesenspinne. So, das einmal zur Info, wir machen weiter mit dem nächsten Cover, so sieht das aus. Also wie gesagt, mir persönlich gefällt es nicht, aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Hier gibt es leider kein Bild bei Amazon, kann man auch aktuell nicht bestellen, aber wir erhalten den Hinweis, dass diese Cover-Variante auf 75 Exemplare limitiert ist. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Cover. Das sieht eigentlich noch ganz annehmbar aus, finde ich zumindest. Hier oben unser guter Sly in jungen Jahren und unten so ein gezeichnetes Cover, das gibt es dann glaube ich nochmal einzeln, das müssen wir uns dann nochmal angucken. Hier haben wir auch bei Amazon den Hinweis, dass es hier auf 50 Stück limitiert ist, diese Cover-Variante. Dann haben wir noch diese Cover-Variante, die mir persönlich überhaupt nicht zusagt. Die ist ebenfalls auf 50 Stück limitiert. Dann sind wir beim nächsten Cover und das sieht irgendwie, naja, ist zwar gezeichnet, aber wie im Kunstunterricht an so einer Kunstschule, wo hier die ersten Stunden eingetragen wurden, das sieht definitiv nicht nach Sly aus. Auch die Nase sieht sehr komisch aus. Das ganze Gesicht ist total schief irgendwie, total durch den Wind, gefällt mir nicht. Ebenfalls limitiert auf 50 Exemplare. Das hier geht noch, aber sehr unscharf. Auch hier der Rand irgendwie schlecht ausgeschnitten, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, wie viele Stück gibt es hier von 50 Stück. Bei Cover-Variante sind wir bei Cover-Variante F. Und hier haben wir noch eins, das ist eigentlich schon mit das Brauchbarste, auch wenn es jetzt nicht ultramäßig nach Stallone aussieht und man so ein bisschen die Augen zusammenkneifen muss, damit das Ganze klar geht. Aber finde ich noch am Brauchbarsten von allen, jetzt müssen wir mal gucken, warum bin ich hier unten, ach, da habe ich was anderes gesucht, auf 100 Stück. Also hier sieht man, hier geht man davon aus, dass es am gefragtesten ist. Cover-Variante G und dann haben wir Cover-Variante H. So sieht das aus, finde ich aber auch furchtbar hier. Also das passt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Und das ist dann limitiert ebenfalls auf 100 Stück. 26,99 dann ebenfalls bei Amazon zu bestellen. Jo, meine lieben Freunde, was sagt ihr jetzt zu dieser Veröffentlichung? Ist da ein Cover für euch dabei, welches interessant ist oder nicht? Ist der Film überhaupt interessant für euch? Und was sagt ihr zum Bonus-Film, Angriff der Riesenspinne? Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten, ihr seht es hier, ich habe es schon vorbereitet. Und zwar Leon mit Jean-Claude Van Damme. Und das gibt es auch in diversen Cover-Varianten. Und hier oben der Hinweis, der hat mich dann auch hellhörig gemacht. 6-Disc-limitiertes Mediabook. 6-Disc, also das ist schon mal eine Ansage. 34,99. Das Cover geht noch einigermaßen klar, finde ich. Schade, denn mir taugt der Film, den möchte ich auch in der Mediabook haben. Und mal gucken, vielleicht nehme ich mir das hier. Erscheinen wird das Ganze Ende des Monats am 30.11. Das finde ich noch okay. Und wir können hier mal runterscrollen und sehen, Disc 1 hat den Hauptfilm am Start mit Director's Cut. Dann müssen wir uns ein bisschen durchwurscheln. Das finde ich wirklich schwer überschaubar hier gemacht. Wo dann die nächste Disc anfängt, ist echt schwierig. Zumindest habe ich am Schluss gesehen, auf der 6. Disc ist der Soundtrack mit an Bord. Was schon mal geil ist. Bei Disc 5 haben wir eine Bonus-DVD, neues Zusatzmaterial. Gibt es hier ebenfalls Disc 4 Bonus-DVD. Und dann gibt es noch auf den anderen DVDs und Blu-Rays Disc Bonus Blu-Ray Bounty Hunters mit Michael Dudikoff oder Michael Dudikoff, wie man hier noch lesen kann. Also gibt es auch noch einen Bonus-Film. Kann man eigentlich nicht meckern bei dieser Veröffentlichung, oder? Was sagt ihr vor allem bei dem Preis? Schade, wie gesagt, die Covers sagen mir jetzt nicht so großartig zu. Das finde ich persönlich noch am besten. Aber es ist alles Geschmackssache. Gehen wir es mal durch. Full Contact Leon. Da der berühmt-berüchtigte Spagat von Jean-Claude Van Damme. Das finde ich wächterlich. Also ich weiß auch nicht. Dann haben wir noch dieses hier. Das erinnerte mich irgendwie an Trespass mit Ice-Ticket. Hier das Cover noch irgendwie. Da war ich zuerst total verwirrt. Das, hm, naja, einigermaßen. Das vielleicht noch. Hier ist es zwar etwas unscharf drauf, aber geht auch noch einigermaßen. Klar, Preis bleibt immer bei 34,99. Und dann haben wir noch das hier. Hier ist noch vielleicht mit am besten, auch wenn das hier halt absolut nicht nach Jean-Claude Van Damme aussieht. Muss man auch sagen. Ist zwar gezeichnet, aber Ähnlichkeit, wow, definitiv wenig. Ja, und auch hier haben wir Cover G, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hat man hier eben 8 Cover-Varianten. Mediabook-Wahnsinn, Irrsinn oder gerechtfertigt oder völlig egal für Fans der Filme. Ist es ja gut, dass so viel Auswahl da ist. Und lasst uns einfach darüber diskutieren. Und ich habe mir gedacht, wenn wir schon dabei sind, dann können wir noch ein paar andere Sachen mit aufnehmen, was man so als kleine Vorbestellertipps noch mit reinnehmen könnte. Dann haben wir das schon mal weg. Und am Wochenende wird es nicht gar so krass wie letzten Sonntag mit XXL. Da hat sie ja auch, ja, dem Vogel rausgehauen. Zum Beispiel haben wir noch hier Wahl der Waffen. Limitiertes Mediabook, Blu-ray plus DVD für 19,99 Euro. Dann haben wir noch Killzone. Und zwar in einem wartierten Mediabook. Limitiert auf 500 Exemplare. Er scheint ab 11.12. für 34,99 Euro zu haben. Dann haben wir noch Herschel Gordon-Lewis, Bloodmania, hier Cover-Variante, BS-Bio-JK geprüft. Das ist auch neu, meine ich, dass Amazon solche Artikel verkauft ab 27. November für 23,99 Euro zu haben. Dann haben wir noch was in der Steelbook-Richtung. Das habe ich echt voll verpeilt. Ist mir irgendwie durch den Radar gegangen. Ich wusste, dass der Film in 4K released wird, aber nicht, dass ein Steelbook erscheint. Das war mir jetzt irgendwie neu. Der Prinz aus Sermunda. Oder sie haben es umgeändert. Ich weiß es nicht. 31,45. Hier 4K Ultra HD. Kann man sich beim Saturn vorbestellen. Kommt Anfang Dezember raus. Dann haben wir noch Phantasm. Und zwar die komplette Collection. Wie es hier aussieht. Collection, Collection im Schuber. Plus Bonus-Blu-Ray. Auch das bestimmt interessant. 62,27. Ich habe noch gar keinen Film von denen in der Sammlung. Und werde hier einfach mal spekulieren, dass das Ganze noch ein bisschen im Preis fällt. Die Flyer... Flyer... Firefly... Firefly... Flyerfly... Rob Zombie Firefly Edition mit Haus der Tausend Leichen, The Devils, Rejects und Free From Hell. Hier endlich die Trilogie zusammen auf Blu-Ray für 25,99. Ich finde den Preis in Ordnung. Und zu guter Letzt hatten wir noch eine schöne Edition für alle Serienfans. Und zwar Pol Dark. Die komplette Serie 11 Blu-Rays plus eine CD. Hier super toll verpackt. Fand ich auch jetzt so ein schönes Sammlerstuck... Stuck... 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 Was ich euch nicht vorenthalten wollte. Heute erscheint Ende des Monats für 88,99. So meine lieben Freunde. Damit haben wir das Video jetzt einmal durch. Auf aktuellstem Stand. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein zum Mediapook-Cover. Wahnsinn. Aber Bonus-Material mit Bonus-Film finde ich super. Auch die Sextes bei Leo und Du mit Bonus-Film, mit Soundtrack mit am Start. Ist jetzt wirklich nicht verkehrt. Oder habt ihr daran was auszusetzen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, definitiv einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuckugheit und Servus.